Okay, das ist doch ein richtiges Schlaffeld, was ich gerade mache. Okay, ich mache gerade ein bisschen PvP gleich. Ich werde es abkommen. Du musst ja auch gleich mit dem Boss kämpfen, oder? Ich glaube, ich war weit den anderen hinterher. Die sind selber alle so relativ klein mit dem Level eigentlich. Ja. Der Höchste ist hier Level 41 und der Kleinste ist Level 25. Und ich bin halt Level 35. Und ich habe keine Ahnung, was man machen muss. Okay, das denke ich mal, dass man heute fehlt muss. Ja, ja, aber wo und wann und wie und warum. Oder ob man einfach nur killen muss, oder ob man auch wirklich Sachen einnehmen muss. Oder sowas. Wie sollte ich laufen, der Vater der Leute. Die werden geschlossen. Das sind auf jeden Fall sehr zielstrebig. Ich hoffe, ich habe die Nahkampfe hinterher, weil ich bin ja auch eher Nahkampfer. Ach so, ist ein Spieler. Ah, siehst du, man muss, euer Trupp hat den Ball aufgehoben. Das ist ein Ball. Geil. Siehst du, man muss halt was aufsammeln und wegbringen, wahrscheinlich. Ah, und wenn du den Ball drehst, gehst du zu schaden. Ich habe das Gefühl, ich weiß gar nicht, was er machen muss. Oh ja, lass mich doch nicht in den Kreis reingehen. Ich habe einen Bock auf Schaden. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Wir haben den Ball verloren. Und ein Köln. Und habe noch ein Köln. Und der Pferde plötzlich. Also sind wir der Wächter von den anderen Spielen. Ja, lass mich. Ach, Möichekäfer. Sie haben sich den Ball geschnappt. Ja. Oh Gott. Das war zu viel dämlich plötzlich. Okay, wir sind Leader. Ja, wir sind Mutant auf dem zweiten Platz. Aber man kämpft hier gegen zwei andere Gruppierungen, okay? Gegen den Rote und gegen den Grünen. Es hätte Rot gerade den Ball bekommen. Was soll das denn den Ball? Der Ball gehört an! Ja, danke für die Heilung. Achso, okay. Das wird man vorher wissen. Okay, da kommt ein Gegner. So, jetzt sind wir gleich offen mit dem ersten. Und jetzt sind wir erster. Nice. Guck mal her. Ja, ich werde dir geheilt, wie du die tut. Was wird das denn? Wir bluten, ey, ich hasse es. Was macht ihr da? Wir haben den Ball verloren. Scheiße. Hatte keine Ausdauer mehr. Das war ein geiler Kampf gegen den. Der war gar nicht so schlecht. Okay, noch sind wir erster. Noch lassen wir uns das, finde ich, nehmen. Ja, wegspringen bringt ja nichts. Eigentlich kann ich hinterher springen, mein Freund. Weg. Den haben wir, der andere ist auch schon tot. Und nice, sehr gut. Alter, das PvP mit dem Level doch schon Spaß macht. Das ist ja voll geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vor allem, weil die jetzt nicht über stark sind. Die sind halt so dein Level hoch. Aber, wie kann er mich denn treffen, die ganze Zeit? Nee, egal, da sterbe ich halt jetzt. Aber dir mache ich trotzdem noch ein bisschen Schaden. Wir sind immer noch Erste mit 260 Punkten. Nice. Also, ich habe echt ein gutes Team hier. Oh Gott, habe ich das Runterspringen, was mir jetzt auch behindert. Oh Gott, sind ja viele von den Feinden. Oh, scheiße. Das ist halt dumm, wenn ich der gegen die anderen beiden Fraktionen kämpfe und die dann beide auf mich gehen. Oh, grünholt auf. Nicht gut. Bei PvP sollte ich aber am besten noch andere Skills verwenden können. Oder mir aussuchen, wo ich dann auch ein bisschen stunne. Einfach nur rauf und damage ist mich dumm. Scheiße, wo sind wir da Leute? Am besten. Baum. Wir müssen den Ball zurückholen. Scheiße, er führt grün. Das ist nicht gut. Ah, dann ist der mit dem Ball. Und wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Wir müssen den Typen im Ball kriegen. Der rennt aber schnell. Scheiße, ich habe auch nicht die ganze Zeit. Wenn das habe ich gleich keine Ausdauer mehr. Hä, wie dumm bist du? Lass mich dich noch killen, Alter. Kühne leitet uns. Der Ball ist frei. Der Ball gehört an. Trottel. Den habe ich gegeben. Den habe ich gegeben. Okay. Da war ich plötzlich alleine. Ich kann von oben nicht raus springen. Schade. Ich habe zumindest den noch mit dem Ball gekillt. Na gut, solange der Rot den Ball hat, ist das erstmal gar nicht so schlimm. Können wir noch halten. Wir haben ihn verlogen. Schnappt euch den Ball. Dann müssen wir noch unterhalten. Das können sie dann. Ja, wir müssen eigentlich ein bisschen mehr zusammenhalten hier. Na gut, wir wollen es weiter. Es hat etwas Wunderbares, ohne Ziel durch die Straßen einer Stadt zu streifen. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen mehr zusammenhalten hier.